Jetzt haben wir das Problem, dass wenn ich den hier hinstelle und er versucht hier über den Stein zu kommen, dann kommt er eigentlich nicht drauf, einfach weil er das hier rutschig ist. Er möchte da nicht, das heißt, entweder muss ich eine Unterlage drauflegen, also einen Stoff oder so, auf den er raufkommt, sonst schafft er das nicht. Na komm, mein Gutster, wenn er bewegt, dann ist er beleidigt. Das heißt, ich muss ihn einfach weiter rüber legen, weiter rüber oder irgendwie was Festes drunter legen, sodass er diese Rampe gescheit hochkommt, sodass man hier die Rampe runter macht. Dann sagen wir OK, E6, da gibt es Bewegung und ich bin hier mit dem Schlitten drin. Jetzt wird er sein Messer los und gleiches Spiel von vorne. Daumen repetieren. love eh ... Und dann , durch Cherne ihre Abdehnung. Und Sie können dann hier die direct zu einer guerra, oder auch gew mameln. Wie haut es, finde ich jetzt am crap einer W principles und eigentlich, auf die Breche. 辅기산at generations zu facts. Aber das war, das war gerai. Aber dann das fand weitergan elections. Und unten etwas.